Kapitel 89 Der Osterkunstwettbewerb In Grünfels, einem Dorf, das für seine lebendige Künstlergemeinschaft und Kreativität bekannt war, entschied sich der Kulturverein in diesem Jahr, einen Osterkunstwettbewerb zu veranstalten. Dieses Ereignis zielte darauf ab, die künstlerischen Talente der Kinder zu fördern und die Ostertraditionen auf kreative Weise zu feiern. Lea, Luisa, Maler und Paul waren begeistert von der Möglichkeit, ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Das Thema des Wettbewerbs war Ostern in Grünfels. Die Kinder sollten Kunstwerke schaffen, die sowohl die Ostertraditionen als auch das einzigartige Ambiente ihres Dorfes widerspiegelten. Die besten Werke sollten in der Dorfgalerie ausgestellt und prämiert werden. Lea, Luisa, Maler und Paul begannen sofort mit der Planung ihrer Projekte. Lea entschied sich, ein Gemälde zu malen, das das Dorf im Frühling zeigte, mit besonderem Fokus auf die Osterbräuche. Luisa wählte eine abstraktere Herangehensweise und schuf eine Collage aus Materialien, die sie im Dorf und in der Natur sammelte, um die Essenz des Osterfestes darzustellen. Maler, die eine Vorliebe für Skulpturen hatte, entschied sich, eine kleine Skulptur aus Ton zu formen, die eine Szene des Ostermarktes im Dorf zeigte. Paul, der sich für Fotografie interessierte, machte eine Serie von Fotos, die die Vorbereitungen und Feierlichkeiten des Osterfestes in Grünfels einfingen. Die Kinder arbeiteten mehrere Tage intensiv an ihren Projekten. Sie besuchten verschiedene Orte im Dorf, um Inspiration zu sammeln und ihre Kunstwerke so lebendig und authentisch wie möglich zu gestalten. Am Tag des Wettbewerbs brachten sie ihre Kunstwerke zur Dorfgalerie, wo sie neben den Werken anderer Kinder ausgestellt wurden. Die Galerie war bunt und lebhaft, gefüllt mit Gemälden, Skulpturen, Fotografien und anderen künstlerischen Darstellungen des Osterfestes. Eine Jury, bestehend aus lokalen Künstlern und Lehrern, bewertete die Kunstwerke. Sie waren beeindruckt von der Kreativität und dem Engagement der Kinder. L.E.A.'s Gemälde, Luisas Collage, Malers Skulptur und Pauls Fotografien wurden besonders für ihre Originalität und ihren Bezug zum Thema gelobt. Bei der Preisverleihung erhielten Lea, Luisa, Maler und Paul Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen. Ihre Werke wurden als Highlights der Ausstellung hervorgehoben und sie erhielten kleine Preise für ihre kreativen Beiträge. Der Osterkunstwettbewerb war nicht nur ein Fest der Kreativität, sondern auch eine wertvolle Erfahrung für die Kinder. Sie lernten die Bedeutung von harter Arbeit und Ausdruck durch Kunst und fühlten sich geehrt und stolz, dass ihre Werke von der Gemeinschaft anerkannt und geschätzt wurden. Kapitel 90 Die Osterei-Musikparade Das kleine Dorf Grünfels war bekannt für seine fröhlichen Feste, und das diesjährige Osterfest sollte etwas ganz Besonderes werden, eine Osterei-Musikparade. Die Idee kam von der Dorfmusikschule, die beschlossen hatte, das Fest mit Musik und Tanz zu bereichern. Lea, Luisa, Maler und Paul waren begeistert von der Idee und beschlossen, sich aktiv daran zu beteiligen. Die Vorbereitungen für die Parade begannen Wochen im Woraus. Jedes Kind in der Musikschule, einschließlich Lea, Luisa, Maler und Paul, lernte ein spezielles Musikstück, das sie während der Parade aufführen sollten. Zusätzlich bastelten sie Dekorationen für die Parade, darunter bunte Banner, Flaggen und natürlich verzierte Ostereier. Lea, die Querflöte spielte, übte ein frühlingshaftes Melodiestück. Luisa, die Geige spielte, hatte ein lebhaftes Volkslied ausgewählt. Maler, am Klavier, bereitete ein sanftes Lied vor, das die Stimmung des Frühlings einfing. Paul, der Trompete spielte, entschied sich für einen schwungvollen Marsch. Am Tag der Parade waren die Straßen von Grünfelds voller Leben und Farbe. Die Bewohner des Dorfes versammelten sich am Straßenrand, um die Musikparade zu sehen. Die Kinder der Musikschule, in ihren besten Kleidern und mit ihren Instrumenten, bildeten den Anfang der Parade. Die Parade setzte sich in Bewegung, angeführt von einem großen, prächtig dekorierten Wagen, auf dem ein riesiges Osterei thronte. Die Kinder folgten, jeder spielte sein Instrument und bewegte sich im Rhythmus der Musik. Lea, Luisa, Maler und Paul waren in ihrem Element. Sie spielten ihre Musikstücke mit Begeisterung und Freude, und ihre Familien und Freunde jubelten ihnen zu. Die Musik vermischte sich mit dem Klang der jubelnden Menge und schuf eine fröhliche und festliche Atmosphäre. Die Parade zog durch das ganze Dorf, vorbei an bunten Häusern und blühenden Gärten. Am Ende der Route versammelten sich alle Teilnehmer auf dem Dorfplatz, wo ein großes Osterfest stattfand. Es gab Essen, Getränke und natürlich viel Musik. Das Highlight des Festes war ein gemeinsames Konzert aller Kinder der Musikschule. Sie spielten ein speziell für das Osterfest komponiertes Stück, das das Publikum begeisterte. Die Osterei-Musikparade war ein großer Erfolg und wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis für Lea, Luisa, Maler und Paul. Sie hatten nicht nur ihre musikalischen Talente präsentiert, sondern auch die Freude und Gemeinschaft des Osterfestes in Grünfels erlebt. Kapitel 91 Das Osterabenteuerspiel In Grünfels wurde das Osterfest dieses Jahr mit einer ganz besonderen Attraktion gefeiert, einem großen Osterabenteuerspiel. Es war eine Art Schnitzeljagd, bei der die Kinder des Dorfes Rätsel lösen und Aufgaben erfüllen mussten, um zum Ziel zu gelangen. Lea, Luisa, Maler und Paul waren begeistert bei der Idee, ihre Fähigkeiten in diesem spielerischen Wettbewerb zu testen. Das Spiel wurde von den Lehrern und Eltern organisiert und fand im großen Park des Dorfes statt. Am Ostermorgen trafen sich alle teilnehmenden Kinder am Eingang des Parks, wo sie die Anweisungen für das Spiel erhielten. Jedes Kind bekam eine Karte des Parks mit verschiedenen markierten Stationen, an denen sie Aufgaben lösen oder Rätsel beantworten mussten, um Hinweise für den nächsten Standort zu erhalten. Lea, Luisa, Maler und Paul bildeten ein Team und begannen ihre Suche voller Energie und Tatendrang. Die erste Station führte sie zu einem kleinen Teich, wo sie ein Rätsel lösen mussten, das mit der Tierwelt im Frühling zu tun hatte. Nachdem sie das Rätsel erfolgreich gelöst hatten, erhielten sie ihren ersten Hinweis und machten sich auf den Weg zur nächsten Station. Die nächste Herausforderung erforderte Geschicklichkeit und Teamarbeit. Die Kinder mussten einen Hindernisparcours durchqueren, ohne den Boden zu berühren. Sie halfen sich gegenseitig, balancierten auf Baumstämmen und sprangen von Stein zu Stein. Nachdem sie diese Aufgabe gemeistert hatten, bekamen sie den nächsten Hinweis. Die dritte Station war eine kreative Herausforderung. Hier sollten die Kinder aus natürlichen Materialien, die sie im Park fanden, ein kleines Kunstwerk zum Thema Ostern gestalten. Lea, Luisa, Maler und Paul sammelten Blätter, Zweige und Blumen und kreierten zusammen ein Bild eines Osterhasen. Ihre Kreativität wurde mit dem nächsten Hinweis belohnt. Das Abenteuerspiel führte sie quer durch den Park, von einer Station zur nächsten. Jede Aufgabe war einzigartig und forderte die Kinder auf unterschiedliche Weise heraus. Sie mussten sowohl ihr Wissen als auch ihre körperlichen und kreativen Fähigkeiten einsetzen. Am Ende des Spiels fanden alle Teams sich am Zielort ein, einem schön geschmückten Bereich des Parks, wo eine kleine Siegesfeier stattfand. Lea, Luisa, Maler und Paul waren stolz darauf, dass sie das Spiel erfolgreich beendet hatten. Sie hatten nicht nur Spaß gehabt und neue Fähigkeiten erlernt, sondern auch die Bedeutung von Teamarbeit und gegenseitiger Unterstützung erfahren. Das Osterabenteuerspiel war ein voller Erfolg und wurde zu einem der Höhepunkte des Osterfestes in Grünfelds. Es brachte die Kinder des Dorfes zusammen und bot ihnen eine spannende und lehrreiche Möglichkeit, das Osterfest auf eine aktive und unterhaltsame Weise zu feiern. Kapitel 92 Die Osterwiese der Wünsche In Grünfelds, einem Dorf, das für seine malerischen Landschaften und herzlichen Traditionen bekannt war, bereitete sich die Gemeinschaft auf ein ganz besonderes Osterereignis vor, die Schaffung einer Osterwiese der Wünsche. Dieses Projekt wurde ins Leben gerufen, um den Kindern des Dorfes und ihren Familien die Möglichkeit zu geben, ihre Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft auszudrücken. Lea, Luisa, Maler und Paul waren begeistert von der Idee, an diesem besonderen Vorhaben teilzunehmen. Die Idee hinter der Osterwiese der Wünsche war einfach, aber wirkungsvoll. Jede Familie im Dorf sollte eine eigene kleine Parzelle auf einer großen Wiese am Rand des Dorfes gestalten. Diese Parzellen würden dann zu einem großen, bunten Mosaik zusammengefügt, das die Vielfalt und Einheit der Gemeinschaft symbolisierte. Lea, Luisa, Maler und Paul arbeiteten mit ihren Familien zusammen, um ihre Parzellen zu gestalten. Jede Familie entschied sich für ein Thema, das ihre Hoffnungen und Träume widerspiegelte. Leas Familie wählte das Thema Frieden, Luisas Familie Freundschaft, Malers Familie Natur und Pauls Familie Abenteuer. Sie verwendeten verschiedene Materialien wie Blumen, Steine, bunte Tücher und selbstgemachte Dekorationen, um ihre Parzellen zu gestalten. Leas Familie pflanzte weiße Blumen und setzte kleine, bemalte Steine, die Tauben darstellten. Luisas Familie schuf einen kleinen Freundschaftsgarten mit Pflanzen, die für Langlebigkeit und Verbundenheit standen. Malers Familie gestaltete eine Miniaturlandschaft mit Wildblumen und kleinen Figuren, die Tiere darstellten. Pauls Familie baute ein kleines Modell eines Segelschiffs, umgeben von einem Meer aus blauen Blumen. Am Tag der Eröffnung der Osterwiese der Wünsche kamen die Dorfbewohner zusammen, um das fertige Kunstwerk zu bewundern. Es war ein beeindruckender Anblick, ein lebendiges Kaleidoskop aus Farben, Formen und Motiven, das die Kreativität und Individualität jeder Familie zeigte. Die Kinder führten ihre Eltern und Freunde durch die Wiese und erzählten die Geschichten hinter jeder Parzelle. Es war ein Moment des Stolzes und der Freude, ihre Arbeit und ihre Visionen mit anderen zu teilen. Die Osterwiese der Wünsche wurde zu einem Symbol der Hoffnung und Gemeinschaft in Grünfels. Für Lea, Luisa, Maler und Paul war es eine Erfahrung, die ihnen zeigte, wie jeder einzelne Beitrag zu einem größeren Ganzen beitragen kann. Die Wiese wurde zu einem beliebten Treffpunkt im Dorf, wo Menschen zusammenkamen, um zu träumen, zu reflektieren und die Schönheit der Gemeinschaft zu feiern. Ich habe es schon gesagt, wie immer mehr ρ somebody Как ihr sagt, wie jeder die Vormaß macht. Vielen Dank.